Servus liebe Freunde der gepflegten Warthunder Unterhaltung, ich bin Raiboon und ich muss ganz kurz noch mal ein Video heute zwischenschieben und zwar geht es um einen Post im offiziellen Forum den Stoner schon vorgestern gemacht hat, ich weiß ich bin ein bisschen spät dran und ja ein oder andere wird das auch schon bei Implit gesehen haben, aber das Thema ist für mich auch besonders wichtig, deswegen habe ich mir gedacht ich muss mich jetzt auch noch mal kurz dazu äußern, gar nicht lange, ein Teil von Stoners Post im Forum bezieht sich auf Location und Mission Updates und zwar Bedeutet also wir bekommen einen, wie ihr das hier schon auf dem Bild sehen könnt, endlich einen entsprechenden Spawnschutz mit entsprechenden Zonen in der der Spawn halt eben auch entsprechend geschützt ist. Das ganze auf den vier Maps Polen, Köln bzw. Advanced to the Rhein, Tunesien und Finnland in einer Testphase, ich gehe dann auch mal davon aus, dass dann wenn dieser Test erfolgreich verlaufen ist oder erfolgreich verläuft, dann auch noch mehr Karten mit diesem Spawnschutz. Spawnschutz ausgestattet werden. Ich weiß jetzt noch nicht ganz, wie das ganze ablaufen wird, ich gehe mal davon aus, dadurch dass es sich um so Red Zones handelt, dass wenn man in den Gegnerspawn reinfährt, entsprechend ein Timer runterläuft und der dann das Auto, das Auto, den Panzer dann irgendwann nach einer Zeit zum Platzen bringt, so wie es ist, wenn man sich außerhalb der Karte befindet. Ich persönlich freue mich da sehr drüber und Implied hatte ja auch schon in seinem Video gesagt, dass jetzt vielleicht der ein oder andere Kritiker jetzt aufwacht und dann nochmal seinen Gedankengang vielleicht überlegt und vielleicht dann doch jetzt zugibt, dass das Spiel tatsächlich ein Spawncamping Problem hat. Ich habe ja auch schon ein, zwei Videos zu dem Thema gemacht und ich bin da auch an der einen oder anderen Stelle gut für kritisiert worden, das ist auch in Ordnung. Allerdings gibt es natürlich immer Kritik A und Kritik B. Kritik A ist immer so gesehen, dass man Kritik äußert, um Sachen zu verbessern. Kritik B ist dann einfach immer nur, damit man Hauptsache dagegen pöbeln kann. Und das war halt eben Fall B immer das Größere, was dabei rauskam. Und ich denke, jetzt, wo man auch sieht, dass Gaijin auch gemerkt hat, dass es tatsächlich ein Problem mit Spawncamping gibt, werden auch die ein oder anderen Spieler sich vielleicht selber nochmal hinterfragen und sagen, okay, alles klar, vielleicht war ich mit meiner Meinung nicht ganz so richtig, wie es dann doch in der Community dann gewesen ist. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass diejenigen jetzt ein bisschen Schiss bekommen und ihren Spielstil ändern müssen, weil der ein oder andere kann sich jetzt einfach zumindest auf diesen vier Karten nicht mehr in den Spawn stellen und die Gegner von hinten einfach abknallen. Das funktioniert jetzt natürlich dann entsprechend nicht mehr. Ich bin sehr gespannt, wie das System funktioniert und wie das System auch ankommt. Ich habe auch schon die ein oder andere Stimme gelesen, die dann sagt, ja, jetzt werden die Karten noch kleiner, jetzt kann man noch weniger machen. Ähm, sehe ich jetzt persönlich nicht ganz so tragisch. Ähm, ich bin sowieso der Meinung, die Karten sind, ähm, groß genug. Da gehen die Meinungen auch auseinander. Das Spiel ist natürlich auch noch ein bisschen auf Action ausgelegt. Ähm, ich denke auch mit dem neuen Update, wenn wir uns die Karte Fulda zum Beispiel angucken, die ja richtig schön groß ist und richtig schön weitläufig, die mir persönlich auch sehr, sehr gut gefällt. Ähm, damit werden dann natürlich auch diejenigen bedient, äh, die finden, dass die Maps entsprechend zu klein sind. Aber jetzt hier mit diesem Spawn-System, glaube ich, ist es erstmal wichtiger, ähm, ja, eine Funktion ins Spiel zu implementieren, die uns oder jedem Spieler eine entsprechende Sicherheit gibt. Das ist jetzt natürlich auch so, dass man denken könnte, okay, dann können sich natürlich jetzt die einen in ihrem Spawn verschanzen und da dann rausschießen, ohne bekämpft zu werden. Ähm, ich glaube, das wird nicht der Fall sein. Ich denke eher, ähm, dass ein entsprechendes Face-Off wesentlich skill-lastiger werden wird, als wenn jemand direkt im Spawn hinter einem steht, äh, und einen dann direkt von hinten abknallt. Ich finde es gut, ich freue mich drauf, bin gespannt, wie der Test in 1.71 läuft auf diesen vier Maps und, ähm, schauen wir mal, was die Zukunft dann noch bringt. Und ich hoffe sehr, dass Gaijin sich dazu entschließt, ähm, nachdem sie jetzt schon gemerkt haben, dass es ein Problem mit Spawn-Camping im Spiel gibt, dass sie dann natürlich auch während dieses Tests oder nach diesem Test diese Spawn-Camping-Mechanik dann auch auf die anderen Karten mit anwenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lasst ein Like da, wenn ihr Bock drauf habt. Und, ähm, wenn ihr nichts in Sachen War Thunder auf meinem Kanal verpassen wollt, dann abonniert mich doch auch gerne, ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Raibun.